Hallo und allen ein schönes Midsommarfest aus Schweden. Ich stehe auf meinem Balkon in Lubsaula und wie man sehen kann, weht hier gerade noch die schwedische Fahne. Heute wird Midsommar gefeiert und das werden die Praktikanten und ich gleich auch tun. Wenn es heute Abend zum Fußballspiel zwischen Deutschland und Schweden kommt, das wir natürlich auch verfolgen werden, wird die schwedische Fahne wohl gegen die deutsche Fahne ausgetauscht werden, denn wir sind uns sicher, wenn es zum Fußball kommt, dann schlägt auch das deutsche Herz in uns. Wir hoffen, dass die deutsche Mannschaft heute an der schwedischen vorbeiziehen wird und drücken der Mannschaft auch von hier aus ganz doll die Daumen. Ja, die schwedische Mannschaft hat ja vielleicht zu viel Midsommar gefeiert, dass sie gar nicht mehr richtig gerade ausschließen kann heute. Und jetzt schauen wir uns gleich wieder ausícioentes. Isshe, entspricht da, dass sie gar nicht mehr richtig haben müssen Das war's.